Möchten Sie die Anforderungen der ISO 27001 digital umsetzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass diese von Ihren Mitarbeitenden gelebt werden? Wir zeigen Ihnen wie! In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein prozessorientiertes ISMS nach ISO 27001 in der GRC Software NAs aufbauen, um Ihre Daten vor Bedrohungen zu schützen. Sorgen Sie für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens und das Vertrauen Ihrer Kunden und Partner. ISMS ist das Akronym für Informationssicherheitsmanagementsystem. In der Informationssicherheit geht es um die Wahrung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen. Um diese Informationssicherheit in einem Unternehmen zu gewährleisten, können Managementsysteme eingesetzt werden. In NAs können Sie Ihre gesamte Informationssicherheit in der App ISMS aufbauen und verwalten. Die App öffnen Sie über das App-Menü rechts oben. Auf der Startseite der App finden Sie direkt die wichtigsten Einstiegsmöglichkeiten und eine Auswertung der aktuellen Bewertungen. Im Bereich Organisation können Sie abbilden, wie Ihre Organisation in Bezug auf Ihre Informationssicherheit strukturiert ist. Modellieren Sie dort Ihre globale ISMS-Organisation und die von jeder einzelnen Niederlassung. Sie können den Aufbau als Freihanddiagramm anlegen, wie im verlinkten Video zu Prozesslandkarten beschrieben. Dort können Sie dann auch direkt die Verantwortlichkeiten in Form von Rollen und Mitarbeitenden zuweisen, sowie von der ISO 27001 vorgeschrieben. Damit schaffen Sie eine klare Governance-Struktur und sorgen dafür, dass die Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit eindeutig zugewiesen sind. Gemäß ISO 27001 ist es für Unternehmen im Rahmen Ihres ISMS ebenfalls verpflichtend, ein Handbuch mit den ISMS-Zielen zu erarbeiten. Im Bereich der Handbücher können Sie Ihr eigenes ISMS-Handbuch anlegen oder die bereitgestellte Vorlage anpassen. Auch hier können Sie entweder global oder bei Bedarf für jede Niederlassung eigene Handbücher hinterlegen. Wie Sie Handbücher anlegen und bearbeiten, erfahren Sie in unserem Video zum Dokumentenmanagement, das jetzt in der Infobox und in der Videobeschreibung verlinkt ist. Im Bereich der Handbücher können Sie auch direkt in der NACE Normen einbinden und in Kapiteln die passende Norm verlinken. Ihr ISMS können Sie in der NACE prozessorientiert aufbauen. Das bedeutet, Sie können direkt in Ihren Prozessen bestimmen, ob diese relevant für Ihr Informationssicherheitsmanagement sind. Öffnen Sie hierfür einfach einen Prozess. In den Eigenschaften finden Sie die Eigenschaftengruppe ISMS. Wählen Sie dort aus, ob der Prozess relevant für die Informationssicherheit ist und bewerten Sie dessen Kritikalität. Wenn Sie Ihren Prozess fertig eingestuft haben, finden Sie die ausführliche Auswertung im Tab ISMS. Neben IS-relevanten Prozessen können Sie weitere Assets bewerten. Entweder in Verbindung mit den Prozessen oder ganz unabhängig von diesen. Im Bereich Assets wird Ihnen eine klickbare Grafik angezeigt, über die Sie alle IS-relevanten Prozesse und IT-Systeme einsehen können. In der Tabelle darunter werden Ihnen alle Prozesse, IT-Systeme und Mitarbeitenden angezeigt, die Sie dort auswählen und direkt als IS-relevant einstufen bzw. denen Sie die Verantwortungen zuweisen können. In der App können Sie den Anwendungsbereich Ihres ISMS dokumentieren, wie ebenfalls in der ISO 27001 vorgeschrieben. Den Anwendungsbereich können Sie für Ihr Unternehmen insgesamt oder auch für jede einzelne Niederlassung definieren. In der Beschreibung können Sie genau aufführen, welche Geschäftsprozesse vom ISMS betroffen sind. In der Tabelle darunter werden alle Prozesse und deren Kritikalität angezeigt. Sie können also direkt Ihren dokumentierten Anwendungsbereich mit den IS-relevanten Prozessen vergleichen und dafür sorgen, dass Ihr Anwendungsbereich vollständig dokumentiert ist. Für Ihr ISMS stehen unter Stammdaten sogenannte Kataloge bereit. Dort finden Sie unter anderem Bedrohungen, Schwachstellen und Gefährdungsszenarien mit elementaren Gefährdungen, die vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und in der ISO 27005 empfohlen werden. Die Kataloge können Sie jederzeit nach Bedarf anpassen und erweitern. In der ISO 27001 werden zudem Maßnahmen empfohlen, die Sie ebenfalls in den Stammdaten finden und für Ihre Risikobehandlung und die Erklärung der Anwendbarkeit hinzuziehen können. Das Herzstück des ISMS ist das Risikomanagement. In Ihrer ISMS-App in N.A.S. können Sie den Risikoprozess in drei Schritten durchführen. Risikoidentifikation, Risikoanalyse und Risikobehandlung. Das ISMS in N.A.S. ist prozessorientiert. Deshalb beginnt das Risikomanagement mit der Bestimmung und Überprüfung der gefährdeten Prozesse. Im Bereich Risikoidentifikation werden Ihnen alle Prozesse aufgelistet. Dort sehen Sie mit einem Blick, ob und wie diese eingestuft sind. Sie können dort also nochmals alle Prozesse einzeln durchgehen und die mit einem Risiko für Ihre Informationssicherheit ausfindig machen. Alle Prozesse, die Sie dort als IS relevant einstufen, wandern dann auch direkt in den Anwendungsbereich. Für den nächsten Schritt, die Risikoanalyse, ist es hier besonders wichtig, dass Sie die IS-kritischen Prozesse mit den relevanten Assets verknüpfen. Im zweiten Schritt des Risikomanagements geht es darum, zu den Assets zugehörige Risiken zu erfassen. Im Bereich Risikoanalyse wird Ihnen dafür eine Tabelle mit allen Assets angezeigt, die aus einem IS relevanten Prozess stammen oder separat als IS relevant eingestuft wurden. Gehen Sie dort jedes einzelne Asset durch und legen Sie über das Menü ein ISMS-Risiko an. Geben Sie eine Risikobezeichnung ein und wählen Sie aus den Katalogen ein Gefährdungsszenario aus. Danach können Sie die Bruttobewertung des Risikos vornehmen, also wie sich das Risiko ohne eingreifende Maßnahmen auswirken würde. Dort können Sie also auch wieder Bewertungen für die Eintrittswahrscheinlichkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität hinterlegen. Wenn Sie dann noch eine Begründung für Ihre Risikobewertung eingetragen haben, können Sie das ISMS-Risiko anlegen. In der Tabelle sehen Sie direkt, dass ein ISMS-Risiko für das Asset angelegt ist und wie es bewertet wurde. Genau wie Prozesse können Sie auch IT-Systeme näher analysieren. Öffnen Sie hierfür einfach das IT-System und schauen Sie sich dort im Tab ISMS die detaillierte Auswertung an. Nach der Risikoanalyse mit der Bruttobewertung der Risiken kommt die Risikobehandlung. In diesem letzten Schritt geht es darum, Maßnahmen zu den Risiken und eine Nettobewertung zu erfassen. Dafür werden Ihnen in der Tabelle alle erfassten ISMS-Risiken aufgelistet. Per Klick auf ein Risiko können Sie über das Menü eine ISMS-Maßnahme anlegen. Die Maßnahme wird dabei als Aufgabe angelegt. Geben Sie einen Titel ein und eine Beschreibung an. Wählen Sie die Umsetzungsverantwortlichen aus. Geben Sie an, wer die Maßnahme prüfen soll und wann die Maßnahme fällig ist. Dann können Sie die ISMS-Maßnahme schon anlegen. Den Verantwortlichen wird die Aufgabe sofort zugewiesen und Sie können sie über Ihr Aufgabendashboard direkt umsetzen. Für Ihren Risikobehandlungsplan können Sie anschließend über die Eigenschaften des Risikos die Nettobewertung definieren, also die Kritikalität des Risikos, nachdem die Maßnahme eingeführt wurde. Und den Umgang mit dem Risiko festlegen. In der Tabelle sehen Sie übersichtlich, wie Ihre ISMS-Risiken eingestuft sind und können direkt die kritischsten priorisieren. Durch diese drei Schritte im Risikomanagement behalten Sie die Kontrolle über mögliche Risiken für Ihre Informationssicherheit, gehen sicher, dass die Verantwortlichkeiten geklärt sind und fördern so langfristig eine Kultur der Sicherheit und des Vertrauens. Die Erklärung der Anwendbarkeit oder auch Statement of Applicability ist eine weitere Dokumentation, die von der ISO 27001 gefordert wird. Die Erklärung muss alle Maßnahmen enthalten, die ein Unternehmen im Rahmen seines ISMS bewertet hat. In diesem Bereich finden Sie also die erwähnten Maßnahmen aus dem Katalog und können für jede davon festlegen, ob dies in Ihrem Unternehmen anwendbar ist. In den Eigenschaften jeder Maßnahme können Sie eine passende Erklärung für Ihre Anwendbarkeit hinterlegen, Ihren Status setzen und Dokumente verknüpfen, die den Umsetzungsstatus belegen. Alle Tabellen in NAs können Sie filtern und als Excel-Tabelle ausgeben. Dies ist beispielsweise besonders hilfreich, wenn ein Audit ansteht und Sie die Dokumentation bestimmter Maßnahmen nachweisen müssen. In der ISMS-App stehen Ihnen verschiedene Reports bereit. Dort können Sie nochmal separat alle Maßnahmen überblicken, alle Risiken einsehen und die Bewertungen der Risiken in einer HebMap-Auswertung überblicken. Leider schützt auch das beste ISMS nicht immer vor Sicherheitsvorfällen. Sollte es also doch mal zu einem Vorfall kommen, unterstützt Sie NAs auch hierbei. Im Bereich Security Incidents können Sie Sicherheitsvorfälle dokumentieren, wie auch von der ISO 27001 vorgeschrieben. Der Bereich ist dabei besonders geschützt, damit sensible Daten auch hier nicht in falsche Hände geraten. Sollte also mal zum Beispiel ein Datenleck durch eine Phishing-Mail entstanden sein, können Sie hier den Vorfall erfassen. Beim Erfassen werden alle Fragen abgefragt, die vom BSI vorgegeben werden. Danach kann der Informationssicherheitsbeauftragte den Vorfall nochmals detailliert in den Eigenschaften des Vorfalls bewerten. Die erfassenen Sicherheitsvorfälle helfen Ihnen im Nachgang, die Eintrittswahrscheinlichkeit von ISMS-Risiken besser einzuschätzen. Was wiederum zur stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung Ihres ISMS beiträgt. Setzen Sie so Schritt für Schritt die Anforderungen der ISO 27001 sicher um und beziehen Sie alle Mitarbeitenden in den Prozess mit ein. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.